So Freunde, das ist meine Ice Bucket Challenge, ich wünsche euch viel Spaß, Awive hat mich nominiert, Awive nochmal Dankeschön dafür, du Wichser, ich hab noch gesagt, mach es bitte nicht, nein aber Spaß beiseite Freunde, guckt auf jeden Fall die Beschreibung, ja, da ist auf jeden Fall ein Link zum Spenden, ich werde aber im Video nochmal darauf aufmerksam machen und alle die ich nominiert habe, in 24 Stunden müsst ihr auch so ein Video machen, sonst müsst ihr spenden, viel Spaß mit dem Video. Peace meine Freunde, mein Name ist Jorginho und willkommen auf meinem Kanal zurück und ja bla 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 Freunde, heute geht es mal um die ALS Ice Bucket Challenge, ich hoffe ich hab's richtig ausgesprochen, ja, das ist für einen guten Zweck, ähm, es geht hier wirklich um eine Krankheit, die man bekämpfen kann, wenn genug geforscht wird und so weiter und so fort und deswegen hab ich einen Link unten reingeballert, wo ihr alle spenden könnt, ja, und ihr seht jetzt auf jeden Fall Freunde, ihr seht jetzt auf jeden Fall das Wasser und ich hab da ein Liter Eis reingeballert, aber es ist ja am schmilzen, meine Freunde, ihr seht jetzt die ganze Zeit am Telefonieren, Moment, so, hier sieht man noch ein bisschen Eis, ne, so Freunde, auf jeden Fall wird das jetzt auf mich gekippt, ja, meine Freunde wird auf jeden Fall den Spaß daran haben und wie gesagt Freunde, verbreitet es mit euren Freunden und ihr könnt es ja auch selber ausprobieren, ich nominiere jetzt gleich meine YouTuber und so weiter, ne Freunde, und jetzt geht's los, warte, du Scheiße, warte, ich bin das nicht, mach schnell, das ist schwer, ja, mach. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich nominiere meine Freundin. Nein! Ich nominiere meine Freundin. Ich nominiere Danny Burnitch als zweites, Cosmo, Hello Twix und, egal, 4 Stück, das reicht, ich bin jetzt raus. Oh mein Gott Freunde wie gesagt Spenden in der Videobeschreibung Wir sind raus, Daumen hoch Peace